Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar heute zu einem neuen Market Watch denn ich habe schon viele Nachrichten von euch auf Discord oder auf Instagram bekommen wo ihr mir geschrieben habt, schau doch bitte mal über die aktuellen Marktpreise drüber von den Megatin Karten und da habt ihr auch gefragt soll ich die Karte XY jetzt schon kaufen und da genau werden wir heute anknüpfen und uns mal anschauen wie teuer sind denn so die einzelnen Megatin Highlights und vor allem gibt es bei mir da schon eine Kaufempfehlung bei gewissen Karten oder sollte man bei bestimmten Dingen noch warten oder ist vielleicht sogar schon der richtige Zeitpunkt letztendlich verpasst wurden diese teuren Money oder Power Karten letztendlich zu kaufen das sind auf jeden Fall die Kernpunkte des Videos und ich werde natürlich nicht nur auf die Megatin Karten eingehen denn wir haben natürlich noch ein paar andere interessante Karten über die ich auch noch mal sprechen möchte sind noch mal drei vier Stück könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt sein lasst dem Video unbedingt einen dicken Daumen nach oben da gerne auch noch ein Abo wir sind jetzt auf der Reise immer noch oder jetzt erst mal zu den 8000 Abonnenten würde mich sehr freuen wenn ihr da einfach noch kostenfrei noch Abo da lasst und ja jetzt würde ich sagen starten wir mit dem Market Watch kommen wir zur ersten Karte für heute und zwar ist das der gute Auslöschungsinformant was man jetzt von diesen deutschen Namen halten mag das lasse ich jetzt jeden freigestellt ich würde für den Rest des Videos dann gerne auf Crossout Designator übergehen ansonsten bei den Filtern ist Standort des Verkäufers Deutschland eingestellt und bei den Sprachen habe ich letztendlich Englisch und Deutsch genommen für uns die relevantesten Sprachen und natürlich von dem Zustand natürlich Niermint das sind die Sachen die solltet ihr wissen das habe ich eingestellt und ja diese Karte kostet aktuell wenn man sie als Einzelstück kauft circa 55 Euro und da muss man sagen natürlich ist die Karte vom Releasetag also vom Vorverkauf um einiges gesunken aber ist immer noch auf einen relativ stabilen und soliden Preis und ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen dass diese Karte in naher Zukunft irgendwie weit unter 40 Euro gehen wird ich glaube sogar dass sie sich bei maximal 50 Euro einpendeln könnte also viel billiger glaube ich wird sie einfach nicht werden weil diese Karte dafür einfach viel zu viel Play sehen wird und die Karte hat halt so unfassbar viel Metapotenzial und vor allem ist das so eine Karte die auf jeden Fall auch das Potenzial haben könnte ein komplettes Format zu bestimmen und ganz ganz viele Decks zu verändern die jetzt deutlich besser durch Handtraps durchperformen können dieses halt vorher nicht so gut machen konnten oder vor allem auch ja so Karten wie Nibiru einfach besser stoppen können und deswegen wird es eine Karte sein die wird glaube ich sogar wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaut eine Karte sein die wird eher sogar noch teurer werden jetzt aktuell klar erst mal ein bisschen am droppen viele Leute sind dabei ihre Tints aufzumachen stellen die dann nach und nach ein vor allem Leute die die diese Karte dann nicht unbedingt spielen möchten und ja das heißt der Markt ist erst mal geflutet aber sobald wir wieder in irgendeiner Form Events haben werden vor allem auch Real-Life Events könnte ich mir vorstellen könnte das eine Karte werden die noch mal richtig richtig teuer wird wir haben es damals gesehen bei Droplet und Co. wie sich das entwickeln kann und ja Crossout Designator vielleicht sollte man sich die Karte jetzt mal ranholen so ein Playset für 150 Euro ist natürlich immer noch sehr sehr teuer aber die Karte die lohnt sich ist eine sehr sehr spielstarke Karte könnt ihr mir gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare schreiben ist ein stolzer Preis weiß ich auf jeden Fall und ja die nächste Karte aus der Megatin ist dann das gute Talents also Talent der drei Taktiken die auch preislich schon wieder am steigen ist ich meine das ist eine Karte die sich jetzt seit ich weiß nicht seit wann ist die Karte draußen anderthalb Jahren würde ich jetzt einfach mal schätzen oder ich meine ein bisschen vor der Tin also ein Jahr grob sagen wir einfach mal ein Jahr und da muss man einfach sagen diese Karte ist enorm spielstark und wird aktuell in einigen Decks gespielt ist zum Release quasi so 31 Euro gewesen ist dann mal kurzzeitig runter gedroppt weil der Markt dann halt eben sehr sehr voll war und dann muss man sagen ist die Karte gerade wieder am steigen es gibt noch zwei Kopien hier für 27 28 Euro so dem Dreh und danach wenn man da mal so runter schaut dann geht der Trend eher schon wieder Richtung 30 Euro und auch hier glaube ich ja die Karte die wird nicht mehr günstiger werden sondern im Gegenteil die wird eher noch teurer werden das ist auch eine sehr relevante Karte die gerade in einigen Decks gespielt wird gerade mit den ganzen Handtraps die im Format so unterwegs sind eine Karte die auf jeden Fall in vielen Decks play sehen wird zum Beispiel Dreitron oder auch Virtual World haben jetzt zuletzt auf diese Karte hier zurückgegriffen also ja schwierig wenn man sich die Karte noch ranholen möchte dann ist glaube ich der Zeitpunkt schon verpasst und ich glaube billiger wird es de facto nicht mehr sondern wie gesagt eher noch in die andere Richtung und teurer und dann noch die dritte Powerkarte im Bunde Nadir Servant generell Dogmatiker hat eine riesen Fanbase und auch hier kann ich genau das gleiche sagen wie bei Talent der drei Taktiken seht ihr selber am Graph die Karte ist aktuell schon wieder am steigen der richtige Zeitpunkt zum Kaufen dieser Karte ist schon wieder leicht verpasst ich hatte noch ein bisschen Glück ich habe das Playset mir für 14 Euro das Stück gekauft und jetzt kostet diese Karte ja schon wieder 18 bis 20 Euro und wenn man englische Kopien hat da können wir noch ganz weit runter scrollen bzw. hier fängt es gerade an die kosten dann sogar schon 20 Euro und ich muss sagen das habe ich so ein bisschen erwartet weil viele Leute konnten sich diese Engine und dieses Thema vorher nicht leisten weil das so teuer war aber viele Leute mochten das trotzdem vom Artwork und von der Art und Weise wie man das Ganze spielt und deswegen holen sich genau diese Leute jetzt diese Engine ran weil sie natürlich immer noch sehr sehr spielstark ist und das habe ich deswegen so ein bisschen erwartet dass das im Preis nochmal steigen wird vor allem kann man es ja in so unfassbar vielen Deckthemen einfach rein splashen und man hat dadurch ein quasi deutlich besseres Deck deswegen ja Zeitpunkt des Kaufs auch hier schon verpasst natürlich immer noch eine unfassbar gute Karte und ihr seht es auch wie gesagt beim Graph ging erst nach oben dann ganz nach unten und jetzt gerade so langsam wieder so ein Stück weit weiter nach oben und ja Dogmatiker Iglesia kann man eigentlich genau das gleiche zu sagen glaube ich brauche ich nicht mehr so ins Detail gehen ihr seht es am Graph ist von der Entwicklung tatsächlich genau das gleiche hat oben angefangen ist ganz nach unten gegangen und geht jetzt wieder leicht nach oben wobei der Trend da schon wieder leicht absteigend ist aber ihr seht selber 8 bis 10 Euro und wenn man sich da so den Originalprint anschaut da wird es tatsächlich nicht besser da hätte man darauf spekulieren können dass so eine Karte deutlich günstiger wird vor allem weil sie an den meisten Decks nur einmal gespielt wird aber scheinbar haben viele Leute dann doch Bock die Karte irgendwie dreimal zu spielen aber ja Iglesia sicherlich auch nochmal eine der Highlight Karten aus den Megatins und dann gehen wir direkt rüber zur nächsten das ist der gute Zeus und das ist die einzige Karte wo man sagen kann bisher auf diesem Graphen hier neben Crossout Designator die ist konstant billiger geworden und jetzt halt wieder nur ganz leicht am steigen also Zeus ist natürlich auch eine extrem gute Karte die nach wie vor Spiele gewinnen kann deswegen glaube ich würde die Karte langfristig wieder auf ihre 20 Euro steigen weil sie halt dafür einfach viel zu gut ist und wenn wir hier mal schauen ja der Trend geht zwischen ja sagen wir mal 15 bis 16 Euro eher 15 Euro wenn wir hier runterscrollen es gibt genug auf dem Markt die Karte ist genug verfügbar und ich denke ja 15 Euro ist ein solider Preis da könnte man sich die Karte auf jeden Fall mal ranholen da macht man glaube ich nicht viel falsch ich glaube auch nicht dass er nochmal deutlich günstiger werden wird ihr seht es hier am Graph er geht leicht ganz ganz leicht wieder nach oben unterscheidet sich jetzt aber nicht viel hier waren es 14 Euro hier waren es schon mal 15 und jetzt am Ende sind es hier beim Grafen wieder ihr seht selber dann knapp 15 Euro also gibt sich nicht ganz so viel könnt ihr mir auch gerne mal schreiben was ihr glaubt wird der Zeus langfristig nochmal teurer werden oder wird er eher nochmal billiger werden wie gesagt ich glaube eher zweiteres und dann gehen wir direkt rüber zu Gefängnis der Eisdrachen das ist eine Karte die hat mich tatsächlich bei der Preisentwicklung mit am meisten überrascht weil da muss man sagen im Vorverkauf hat diese Karte hier so 8,50 Euro 9 Euro gekostet und das ist zum Beispiel eine der wenigen Karten die Stand jetzt schon teurer ist als im Vorverkauf und das sieht man auch am Graph die Karte ging dann steil nach oben obwohl die Karte aktuell nicht so viel Play sieht aber was man sagen muss wir haben uns ja ein paar Decklisten angeschaut und in ein paar davon wird diese Karte mittlerweile sogar schon wieder gespielt und das ist natürlich bei der Karte immer so ein bisschen formatabhängig und gerade vielleicht auch wenn man sie nicht mehr so erwartet könnte ich mir vorstellen dass die Karte von der Spielstärke vielleicht nochmal zunimmt und ja die Karte kostet zwischen 10 und 12 Euro das Stück das heißt das Playset da sind wir schon wieder bei über 30 Euro hätte ich nicht erwartet muss ich sagen habe ich auch Glück gehabt habe ich einen Schnapper mit geschossen konnte ich mir noch sehr sehr günstiges oder konnte ich mir ein sehr sehr günstiges Playset noch ranholen und ja sicherlich auch eine Karte die in der Zukunft nochmal gefragt werden wird und ja bei der Karte könnte ich mir sogar vorstellen dass die nochmal billiger wird ist gerade so ein kleiner Hype ich glaube ja über lange Zeit gesehen könnte ich mir vorstellen könnte die sich bei so 7, 8 Euro einpendeln ich weiß nicht ob ich sie jetzt kaufen würde vielleicht liege ich auch völlig falsch und in zwei Monaten kostet das den 15, 16 Euro ist ganz ganz schwierig ich meine wir bekommen natürlich einige starke Deckthemen vom selben Typ wie zum Beispiel natürlich hier das Schwertseele Deckthema könnte natürlich eine sehr gute Karte dagegen sein also ja ich glaube ihr hört raus was man damit machen könnte und dann würde ich sagen switchen wir mal rüber zu ein paar Kärtchen die aufgrund ja auch ein bisschen aufgrund der Megatins am Spiken sind oder natürlich auch auf der Banlist und zwar ist es zum einen Dragoon über diesen Preis müssen wir natürlich auch nochmal sprechen weil der ist immer noch wirklich unfassbar teuer ihr seht es aber hier auch am Graph seit der Banlist war da eine ordentliche Zickzack Entwicklung zu sehen das ging auf und ab bei dieser Karte und insgesamt muss man sagen die Karte wird noch in einigen Decks gespielt gewinnt auch immer noch Spiele gerade auch in 3-Tronn eine sehr sehr wichtige Karte kostet ja das erste Angebot würde ich erstmal außen vor lassen kostet zwischen 63 und 65 Euro das Stück in Tendenz hier auch steigend ist erstmal wieder ein bisschen gefallen dann gerade wieder so ein bisschen am Steigen und ich glaube langfristig wird die Karte sich da einpendeln und ich glaube mehr brauchen wir zu Dragoon nicht mehr sagen jeder weiß was er macht jeder weiß dass er nervt einige sagen er ist cool die nächsten sagen nicht so cool deswegen weiter zur nächsten Karte und zwar ist das Lieferant von Koaki Mairou oder ich habe keine Ahnung wie man den richtig ausspricht und bei dieser Karte gibt es zwei Faktoren warum diese Karte gerade enorm am Steigen ist und der eine Faktor ist die Karte kam in Rise of the Duelist raus und ist nicht in den Megatins erschienen das ist schon mal ein Indiz dafür warum so eine Karte steigt und der zweite Grund dafür ist die Karte wird in Ademancipator gespielt und das Deck gibt es jetzt in komplett günstig also wir müssen für das Deck wirklich nicht mehr viel Geld auf den Tisch legen Researcher kostet glaube ich 2-3 Euro das Stück aus den Megatins und natürlich wollen viele Leute jetzt dieses Deck spielen was vorher sehr teuer war und naja dann brauchen viele Leute den guten Kua Akimero Lieferant und so viele gibt es halt nicht auf dem Markt hat kein Reaprint bekommen deswegen sehr sehr teuer kostet hier das Stück 12-13 Euro es sind auch glaube ich gar nicht mehr so viel auf dem Markt also das waren jetzt tatsächlich alle von den englischen und deutschen Kopien habe ich jetzt bis nach ganz unten gescrollt ist nicht ganz so viel und ja das Playset da seid ihr auch bei über 30 fast 40 Euro schon mit dabei sehr sehr teuer könnte ich mir vorstellen dass die langfristig wieder billiger wird aber aktuell erstmal im Hype vielleicht so in einem Monat wieder so 9-10 Euro oder 8-10 Euro ist natürlich eine sehr sehr gute Karte aber wie der ja Graf sich hier entwickelt seht ihr glaube ich selber ganz steil nach oben und ist auf jeden Fall auch eine ja sehr interessante Karte und dann noch ältestes Wesen Entes ja habe ich mir selber eine kaufen wollen und habe ja gedacht ich fall gleich vom Stuhl warum kostet diese Karte so unfassbar viel und dann hat es geklingelt und natürlich ist genau das gleiche wie beim Lieferant nur dass hier der Reprint Aspekt wegfällt die Karte hat schon mal einen Reprint bekommen aber viele Leute spielen jetzt Dogmatiker ist erschwinglich natürlich braucht man dann auch eine Entes und deswegen steigt diese Karte enorm an und selbst wenn ich uns jetzt das Mega Tin 2014 Super Rare Printing uns nochmal zeigen würde die Karte kostet auch 7 bis 8 Euro das gibt sich nicht ganz so viel und die ist auch richtig richtig im Hype wird wahrscheinlich langfristig auch wieder fallen wenn das sich so ein bisschen beruhigt hat dieser ganze Dogmatiker Hype aber aktuell eine sehr sehr teure Karte und zu guter Letzt die letzte Karte für heute Axis Core Talker den haben wir uns nach der Band das glaube ich schon mal kurz angeschaut da habe ich eigentlich gedacht der Kartenpreis wird sich wieder stabilisieren auf seinem Originalpreis der davor so bei ja zwischen 90 und 100 Euro lag und ja das Ding hat sich anders stabilisiert und zwar zwischen 115 und 120 Euro und der ist auch hier beim Grafen immer noch leicht steigend ich meine es ist natürlich immer noch eine Karte die unfassbar gut ist die ganz viele Spiele gewinnt die in fast jedem Deck gespielt wird und ich habe es glaube ich schon lange nicht mehr erlebt dass eine Einzelkarte die man einmal in einem Deck spielt so teuer war ist interessant muss ich sagen sehr sehr teure Geschichte hier wir könnten uns natürlich jetzt auch nochmal Droplets und Lightning Storms und so anschauen aber ich glaube ihr alle wisst dass solche Karten absolut relevant sind haben nicht nochmal weitere Reprints bekommen aber dass solche Karten zum Beispiel für weitere Reprints in Frage kommen ist denke ich auch kein offenes Geheimnis mehr und ja soweit würde ich sagen sind wir durch mit den aktuellen Market Watch schreibt mir gerne in die Kommentare welche Karten euch gefehlt haben da können wir uns gerne noch ein bisschen austauschen oder generell was eure Meinung so ist und ja in diesem Sinne würde ich sagen macht's gut bis zum nächsten Mal Ciao Ciao bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.